Wie kann man in den Einstellungen bei Discord sein Account mit YouTube verknüpfen? Eine der interessanten Funktionen, die wir in sozialen Medien sehen, ist die Verknüpfung verschiedener Konten. Diese Funktion erleichtert es Menschen, sich auf verschiedenen Plattformen zu finden. Diese Funktion ist auch in Discord verfügbar. Jetzt möchten einige Benutzer möglicherweise ihre Benutzer und Besucher auf Discord und YouTube erhöhen, indem Sie Ihr YouTube-Konto mit Discord verknüpfen. Rufen Sie dazu die Discord-Anwendung auf. Klicken Sie auf diese Option aus den folgenden Optionen. Wählen Sie nun diese Option auf der geöffneten Seite aus. Klicken Sie auf diese Option und finden Sie YouTube. Wählen Sie hier das Konto aus, mit dem YouTube aktiv ist. Klick es an. Klicken Sie nun auf diese Option. Wählen Sie nun in diesem Abschnitt das Konto aus, mit dem YouTube aktiv ist. Klick es an. Klicken Sie nun auf diese Option. Sie können sehen, dass das YouTube-Konto mit Discord verbunden ist. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie diese bitte in den Kommentaren. Wenn dieses Video nützlich war, liken und abonnieren Sie es bitte. Jetzt ist es bitte.